Neuer Tag, neues Glück. Jetzt sind wir auf dem Weg von Dingolfing nach Landshut. Da bin ich auch sehr gespannt. Die Strecke ist jedenfalls schon mal wunderschön. Morgen! Servus! Heute Mittag ist es so heiß, dass uns die Gleiberanlage hier in der Eichbach gerade richtig befestigt werden. Wir flicken erfolgreich einen platten Reifen, verhaschen zum Glück einen Blick auf die berühmten ungarischen Graurinder und erreichen dann die niederbayerische Hauptstadt Landshut. Das war ein Stadt-Land-Flusstag. Allerdings hat er es ja. Untertitelung des ZDF, 2020